Platonische Ideen Hi! In diesem Beitrag geht es um platonische Ideen. Platonische Liebe oder platonische Freundschaft – diese Begriffe hast du bestimmt schon mal gehört. Heutzutage werden sie oft verknüpft mit Keuschheit oder Friendzone. Und das lässt vermuten, dass dieser Platon ein echt netter Typ gewesen sein muss, nur eben nicht für gewisse Stunden. Doch Platons Liebesleben hat enttäuschend wenig zu tun mit seinen Ideen. Bevor's hier also zur Sache geht, klären wir erst mal dieses historische Missverständnis auf. Der Begriff der platonischen Liebe geht zurück auf die Renaissance, Wiedergeburt im Französischen. Das war eine Kulturepoche im 15. und 16. Jahrhundert, in der das Mittelalter in die Neuzeit überging. Damals wurden verschollene Werke der Antike wiederentdeckt, etwa die Schrift Symposium von Platon, die im vorausgegangenen Beitrag über die sokratische Methode zur Sprache kam. Darin ging es ja um ein Gespräch zwischen dem Philosophen Sokrates und Diotima, die ihm das Eros-Konzept erklärte, also das erotische Begehren. Marsilio Ficino war es nun, der in seiner Rezeption, also seiner persönlichen Auseinandersetzung mit diesem Eros-Konzept, den Begriff der platonischen Liebe prägte. Er meinte damit die höchstmögliche Liebe zwischen befreundeten Menschen. Und langer Rede, kurzer Sinn, schon sind wir im 21. Jahrhundert mit unseren Friendzones und wissen immer noch nicht, was mit den platonischen Ideen, wie eben der Liebe zum Beispiel, eigentlich gemeint ist. Platons Ideen haben nichts mit unseren Ideen im Sinne von Einfällen zu tun, wie sie etwa der kleine Wikinger alle Nase lang hat. Wenn wir auf eine gute Idee kommen, können wir davon nicht auf Platons Idee des Guten schließen oder seine Idee des Tapferen oder die Idee des Schönen. Um die Verwechslungsgefahr zu mindern, könnten wir bei Platons Ideen auch von Formen sprechen und Platons Formenlehre. Im Englischen wird sie genauso genannt, Plato's Theory of Forms. Einfach mal im Hinterkopf behalten. Wenn Sokrates, der ja in Platons Dialogen als Figur auftritt, nun wissen will, was schön ist, dann will er nicht hören, ein Sonnenaufgang, ein Supermodel, ein Seehundbaby. Nicht, weil diese Dinge nicht schön seien, sondern weil es sich dabei nur um Beispiele handelt. Sokrates und Platon aber geht es um die Eigenschaften von etwas, um eine Definition. Das ist es, worauf viele der platonischen Dialoge abzielen, in denen die sokratische Methode zum Einsatz kommt. Eine allgemeingültige, logisch-formale Antwort darauf, was etwas ist. Woher wissen wir sonst, dass wir dasselbe meinen, wenn wir etwa von Liebe sprechen? Oder von Schönheit? Egal, Schönheit liegt bekanntlich im Auge der Betrachtenden. Doch genau hier kommt ein wichtiges Merkmal von Platons Ideen zum Tragen. Denn für Sokrates und Platon sind Ideen oder Formen etwas, das wirklich existiert, bloß jenseits unserer Wahrnehmung. Wenn wir etwas als Schön wahrnehmen, dann ist das nur der Widerschein der wirklich existierenden Idee des Schönen. Ideen haben – Platons Ideenlehre nach – zwei Aspekte. Da ist einmal der Begriff, hier Schönheit. Und dann sind da die zugrunde liegenden Prinzipien, hier die des Schönen. Beides ist fest miteinander verknüpft und genauso existent wie »Du und ich« oder dieser coole Film mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss. Sokrates erkannte, in Platons Dialogen, dass die zugrunde liegenden Prinzipien anderer Art sein müssen, als die Dinge in der wahrnehmbaren Welt, auf die sich diese Prinzipien auswirken. Ob das ein Seehundbaby ist, zum Knuddeln süß, oder ein Sonnenaufgang durch planetare Konstellationen zustande gekommen. Schönheit als platonische Idee ist nicht derart greifbar oder anzuschauen. Also, was ist schön? Diese Frage müssen wir nun ohne unsere Sinne beantworten. Denn wir wollen ja nicht nur den Abglanz des Schönen in der wahrnehmbaren Welt beschreiben, sondern das Urbild des Schönen. Wir suchen nach den Prinzipien oder Ursachen von Schönheit, die jenseits der Wahrnehmung liegen und die allem Schönen in der wahrnehmbaren Welt gemein sind. Als solche sind platonische Ideen vollkommen, unveränderlich und nur dem Denken zugänglich. Frei nach Der kleine Prinz. Man sieht nur mit dem Hirne gut. Dementsprechend unsinnig ist die Suche nach empirischen, also aus der Beobachtung gewonnenen Beweisen für platonische Ideen. Die gibt es nicht. Du musst schlichtweg an sie glauben. Die entsprechende Glaubensrichtung, der Platonismus, ist im Laufe der Geschichte auf viel Kritik gestoßen. Friedrich Nietzsche etwa verglich den Platonismus mit dem Christentum, das für ihn nur eine Art Platonismus fürs Volk war. Tatsächlich ist Platons Idee des Guten eine verlockend gute Idee. Und für so was sind wir Menschen, die wir gute Ideen und Geschichten lieben, leicht zu gewinnen. Deshalb ist Platons Höhlengleichnis auch so beliebt. Darin erklärt Platon in Form einer Geschichte, was es mit seinen Ideen genau auf sich hat. Du findest dieses Gleichnis in dem Dialog Faidon, und es wird dir auch im nächsten Beitrag in verkürzter Form und leichterer Sprache erzählt. Danach geht es um Metaphysik bei Aristoteles. Der war ein Schüler von Platon und setzte sich in seinen Schriften zur Metaphysik bereits kritisch mit diesen Ideen seines Lehrers auseinander, die ja ein metaphysisches Konzept sind. Kritik an der Ideenlehre findest du außerdem bei Hegel, bei Hannah Arendt und bei vielen weiteren. Das war's von mir. Wenn dir dieser Beitrag geholfen hat, gerne liken, teilen, kommentieren. Und wenn du diese Inhalte unterstützen möchtest, dann abonniere doch den YouTube-Kanal und schau im Blog vom Bleiben vorbei. Dort findest du auch diesen Beitrag und viele weitere nochmal in Schriftform. Wenn's noch Fragen gibt oder Anmerkungen zur Ideenlehre bzw. deine Haltung zum Platonismus, gerne in die Kommentare. Ich sag danke und bis zum nächsten Mal. Deine política Deine